Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Steuer-News-Video und zwar relevant für alle Geschäftsführer und vor allem auch für Strohmännchen und Strohweibchen. Also bedeutet im Großen und Ganzen für Gesellschafter, die für jemand anderem die Geschäftsführung übernehmen, damit hier im Großen und Ganzen derjenige, ja vielleicht aus bestimmten rechtlichen Gründen, nicht Geschäftsführer sein darf. Und zwar ein sehr knallhartes Urteil, was ich ja schon immer in den Videos gesagt habe zum Thema Haftung von Geschäftsführern. Ja, sag ich mal, bei vielen in der GmbH-Geschichte eigentlich fast ja nicht so angesprochen, aber durchaus heißes Thema, was jetzt auch nochmal an der Stelle ja der BFH bestätigt hat und zwar bei einem rigorosen Durchgreifen, wenn es um das Thema Steuerschulden geht. Und worum geht es eigentlich? Es geht um das BFH-Urteil vom 15.11.2022, werde ich euch alles unten in die Infobox reinpacken. Und ganz interessanter Fall, was man auch sehr, sehr viel draus lesen kann, was man ja in der Praxis immer wieder hört, man sagt, ja, da gründe ich eine GmbH und da bin ich doch sauber raus aus der Haftung. Und wenn da was schief geht, habt ihr eine GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das ist im Großen und Ganzen ja der Irrglaube, der vielen ganz einfach, sag ich mal, vorhanden ist. Und da ist es auch immer wieder so, dass an der Stelle der Geschäftsführer einer GmbH ja verpflichtet ist, verpflichtet ist hier, vollständige, richtige und rechtzeitig die Steuererklärung abzugeben und zwar von der Gesellschaft inklusive, was natürlich hier sonst noch relevant ist. Sollte es auffallen, dass eine unzutreffende Steuererklärung abgegeben worden ist, dann muss diese zeitnah berichtigt werden und zwar unverzüglich. Punkt Nummer 3 ist, der BFH stellt jetzt nicht nur an der Stelle auf, im Großen und Ganzen auf die rechtzeitige, vollständige und richtige Steuererklärung ab, sondern auch auf die Zahlung. Denn der Geschäftsführer muss auch aus den Mitteln der Gesellschaft zeitnah die Steuern ja leisten können. Das ist durchaus ein Thema, wo man sagt, okay, bisher ja ganz klar Steuererklärung abgeben, Jahresabschluss erstellen, pünktliche Zahlung, keine Insolvenz und so weiter und so fort. Das ist im Großen und Ganzen vielen aber auch noch nicht klar, weil man oftmals hört, ja dann schicken wir doch die GmbH in die Insolvenz. Wichtig ist an der Stelle, sollte es herauskommen, dass zum Beispiel der Geschäftsführer vorsätzlich oder fahrlässig hier Steuern hinterzogen hat, dann kann es hier zu einer persönlichen Haftung des Geschäftsführers kommen. So weit, so gut, das habe ich schon in älteren Videos immer wieder gesagt, aber in dem speziellen Fall wurde jetzt mit eingeführt, dass es hier eine erstens mal zweistufige Prüfung geht. Einmal natürlich der Geschäftsführer, hier hat natürlich die Voraussetzungen, die Sachen vollständig und richtig abzugeben. Das Finanzamt hat dann an der Stelle zu prüfen, ja wurde denn hier im Großen und Ganzen, ja greifen wir hier auf die Haftungsnorm durch und dann wird im Großen und Ganzen vom Finanzgericht nochmal zusätzlich geprüft, ob hier in dem Zusammenhang eine eingeschränkte Möglichkeit oder hier eine Prüfung vorhanden sein sollte. Das ist im Großen und Ganzen nichts wirklich Neues, aber spannend ist an der Stelle auch jetzt natürlich zu dem Verfahren als solches, das wurde wie gesagt hier mit Insolvenz und allem möglichen abgewickelt. Spannend wird aber, was hier mit drin steht und zwar, es spielt keine Rolle, wenn es sich hier um einen anderen Geschäftsführer handelt. Also zum Beispiel, wenn hier ein faktischer Geschäftsführer vorhanden ist und der anders ist als der echte Geschäftsführer, dann hat immer derjenige natürlich hier auch mit die Schuhe zu tragen, der hier natürlich offiziell drin steht. Bedeutet, wenn du hier als Strohmännchen oder Strohweibchen unterwegs bist, hast du hier definitiv ein Problem. Wo ich aber auf jeden Fall darauf hinweisen will, ist an der Stelle noch ein Punkt und zwar der BfH hat dann auch noch klargestellt und sagt, ja, mir ist das doch völlig egal, ob jetzt zwei, drei, fünf, zehn Geschäftsführer vorhanden sind und man sagt, okay, der eine, was weiß ich, Produktion, der andere Marketing, der andere Steuern, der andere, was weiß ich, Mahnwesen oder sonstiges, interne Geschäftsführer, Aufteilungen spielen für den BfH an dieser Stelle auch keine Rolle. Auch hier sagt er ganz klar, nein, die Tätigkeit eines Geschäftsführers bedeutet auch, dass er über alle Geschäfte der Gesellschaft Bescheid weiß und zudem ist es auch so, dass er sich nicht, also eine oder mehrere Geschäftsführer sich nicht dadurch, sage ich mal, exkultieren können. Bedeutet, dass sie sagen, hey, das ist nicht mein Problem, ich gebe es dem Steuerberater. Auch da an der Stelle ist es wichtig, dass man hier grundsätzlich zumindest den Steuerberater theoretisch, an sich des BfH, regelmäßig überprüft, ob diese Zahlen korrekt sein können. Bedeutet, wenn man feststellt, ja, was weiß ich, fehlen zwar irgendwie 100.000 Euro Gewinn, aber der Steuerberater wird es schon richtig gemacht haben, dann ist das hier ein Problem des Geschäftsführers, haftungstechnisch natürlich, vielleicht später auch des Steuerberaters, aber grundsätzlich an dieser Stelle ist erstmal der Geschäftsführer der GmbH hier in der Haftung. Und das kann vor allem jetzt auch aktuell, wenn man sagt, bei vielen zum Beispiel, ja, Trading GmbHs, wo wir einige Fälle haben, wo zum Beispiel, ja, der Markt 2022 total schlecht lief, plötzlich komplett verspekuliert. Oder auch bei Startups, wo wir natürlich auch, sage ich mal, einige Mandate haben, wo natürlich hier gesagt wird, ja, wir kriegen schon die nächste Finanzierungsrunde und so weiter und so fort. Thema Insolvenz und Steuerschulden. Klar, wenn man keine Steuern zahlen muss, ist das kein Problem. Aber grundsätzlich auch hier, wenn es hier eine Insolvenzverschleppung oder ähnliches gibt, hat man auch wieder ein Problem. Also an der Stelle vorsichtig sein, wenn du hier mit GmbHs agierst, eventuell als Geschäftsführer aktiv bist, das solltest du an der Stelle einfach mit im Blick behalten, denn das kann teuer werden. Und hier haftet dann der Geschäftsführer einer GmbH am Ende mit seinem privaten Vermögen. Und das ist im Großen und Ganzen hier das heiße Thema, was auch jetzt, wie gesagt, das BFH-Urteil nochmal bestärkt worden ist. Wo man ganz klar sagen kann, das kann richtig wehtun.